Der Tag der guten Tat hat der Gemeinderat Benke dazu bewogen, dass wir gefunden haben, wir wollen für die U75, die Benkerinnen und Benker, einen schönen Tag und einen schönen Nachmittag bescheren und sie überraschen mit der Klänge der Bürgermusik Benke und dem Jodlerklub und unserem Sachsen von Ist. Ich habe die Einladung vom Gemeindepräsidium, der Gemeindame Frau Romer und habe mich natürlich recht gefreut darüber. Wir haben bereits schon an unserem Tisch diskutiert, was für andere Anlässe, dass man zu diesem Tag auch mich organisieren könnte.